und wir zocken wieder mit den lappen zusammen ist mal voll kondensiert ich bin so ein atlet das glaubt ihr gar nicht doch ich glaubst ja ja gerade dann haben wir einen hallo an den zuschauer loo ich hab' auf den Kopf gezielt das guck ich mir jetzt an das gibt es nicht dieser schrotflint ich wollte gerade schon sagen warum killt der mich mit einem Schuss zum zweiten mal gestorben und noch gar kein kill gemacht ich glaube hier also piloten drei vier piloten jetzt schon drei wett voll geraped doch euch ich liebe diese map ich auch ich ich habe eine stelle das sterbe ich eigentlich nie das stimmt doch das hier das hier ist mein Lieblingsmap ich hab's dir ja schon gesagt was ist das denn einfach der coole mix zwischen ähm close quarters und lange Distanz die maps wirklich geil alter das ist mein Lieblingsmap im Moment na gut es gibt auch nur zwei ne ich hab schon einen titan bitch meine ist 60 sekunden fertig meine ist heute noch gar nicht fertig meine wird auch nicht fertig sein 60 sekunden sagt er mir gerade meine und dann 25 gay lol ich guck aus dem fenster und mach das plopp und zwei meter vor mir kommt so ne landekapsel vom himmel runtergeflasht aber die direkt vor mir so jetzt ist mein titan auch am start ja meiner auch da könnte wieder ein titan gar kein kill alter wo bin ich hier ach ach so auf der komplett anderen seite ne ich hab nen kill gemacht schon irgendwie geil ne ich hab auch nen kill gemacht so geht es an einen komischen sniper der uns die ganze Zeit weggefestet hat oh fuck titan kommt oh fuck titan kommt embark schlägerei schlägerei Ich habe mir gerade meinen Titan-Krieg geklaut. Ich habe noch nicht mal einen Pilot-Kill, der wurde mir auch geklaut, den ich gerade eben gemacht habe eigentlich. Aber ich war doch ganz hinten, ganz alleine. Der Penn hat mir den geklaut. Der Typ bringt sich, glaube ich, gerade mal übelst auf. Ich kriege schon die ganze Zeit gerade denselben. Oh, jetzt hat er mich, das hat er mich gerade niedergemacht. Zwar ein anderer, aber ich bin kaputt gegangen. Meine Fresse, gib mir meinen Kill. Oh, Titan kommt, Titan kommt. Komm, verdammt. Weg. Speed Titan, bla 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 mode. Mein Titan ist gesprungen, Chris. Der denkst du mal dann nicht. Automatik. Schöne Aussicht hier, muss man sagen. Die Gerrit, du bist Erster. LOL. Während dem Sprung hat er mich gekillt. Ich war gerade eben Erster. Ich spinn's weiter. Ich spinn's weiter. Danke. Äh, ja. Das ist Titan. Wie ich das so liebe, Alter. Wenn sich gerade zwei KIs am Prügeln sind. Oh, falsch. Nee. Ich hab gerade über den gedreht. Ich war gerade ein bisschen höher als der. Leute, ich kann nix mehr sehen. Yeah. Ja. 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 Verdammt. Hast du, wir haben schon verloren. Alter. Wir sind so oft gestorben. Na gut, Suiten. Daniel ist oft gestorben. Und ich bin zweimal gestorben. Alter, ich bin gerade mal siebenmal gestorben. Ich bin der häufigste, aber egal. Nee, ich bin siebenmal. Ja. Nein. Alter, direkt vor der. Ja, Gerrit, tolle, tolle Sache. Da erwischte er mich mit der Rakete, ey. Der Penner, ey. Ey, dein Audio-Tübel. Ich hab noch drei Leute getötet auf dem Weg dahin. Ja, Gerrit. 25. Tote, I kill. Ah, nee. Ah, nee. 25. Mir wurden alle die Raketen geklaut. Mir wurde alles geklaut. Ja, ich weiß. Dreckiger Scheiß, ey. Ja, der Christian hat uns auch mit der geklaut. Aber ich hab jetzt endlich ein Holocide. Christian, hast du gehört? Nein. Wir müssen kurz aufhören. War mir das jetzt der Rufthansa zu antworten. Ach so, ja, okay. Dann ist es wieder zu Ende mit der Runde. Und tschüss.